Kuriose Illusion! Ich habe das Illusion Art Museum in Prag besucht. Auf euch warten optische Täuschungen, erstaunliche Kunstwerke und eine Menge Fotomöglichkeiten. Tatsächlich ist das Museum stark darauf ausgerichtet, dass man eigene Fotos macht. Das Museum erstreckt sich über drei Etagen und lässt sich in rund 30 bis 40 Minuten erkunden, je nachdem wie voll es ist. Die Illusionen machen Spaß und man kann coole Fotos machen. Wer noch etwas Zeit übrig hat, der kann Spaß im Museum haben. Priorisieren würde ich einen Besuch auf meiner Reise nach Prag jedoch nicht. Denn dafür hat Prag einfach zu viele schöne Sehenswürdigkeiten, die ich dem vorziehen würde. Like und folgt mir für mehr.